Fussball ist ein Rückschlagsport, sehr dynamisch, athletisch, wird im Weitersport gespielt und in den ACA geht es schon in die Leistungssport. Durch einen super Teamgeist konnten wir grosse Erfolge feiern. Wir sind als Team in jedem Moment zusammen gestanden und haben auch schwierige Situationen überwinden können. Ein sehr hoher Trainingsvlies, eine super Moral im Team hat dazu geführt, dass wir die ersten Titel haben können. Wir sind diese Saison zum ersten Mal das Jagdeteam. Wir werden uns aber sicher nicht verstecken diese Saison und versuchen sie zu bestätigen. Ein grosses Ziel wird sicher auch der Champions Cup sein, welches wir angreifen wollen. Wir haben unser Volk-Rezept letztendlich gesehen. Ja, das ganze... ... ... ...